Hallo Leute, hier bin ich wieder mit einem Rocky Spazierke Video. Ich muss schnell was machen, ist ein bisschen chaotisch jetzt. Aber wird jedes Video ein bisschen chaotischer anfangen. Ich habe Leckerlis und ein paar. Eigentlich habe ich mir auch beschlossen, dass ich einfach mal ein Video draußen machen. Weil es ist ja eigentlich schön hier draußen, dass ich einfach mal. Ich will mich einfach irgendwo hinsetzen, den Wasserpark. Und ein bisschen rede. Weil es hat auch nicht geschah. Und es hat auch nicht geschah. Ich habe mir das echt überlegt. Weil das mit Rocky Spazierke gehen, das kennt mittlerweile schon jeder. Das ist jetzt nichts Neues. Oder Hasenfutter pflücken. Es ist auch nichts Neues. Es ist alles jetzt schon alt. Das ist halt ziemlich altmodisch. Da hätte ich mir gedacht, das hätte ich mal einfach in dem Wasserpark hin. In einem kleinen Video. Wie wäre das, wenn es ein bisschen schlecht jetzt kälter wird. Ich hätte mir das früher überlegen sollen. Aber Leute, vielleicht wäre das in Zukunft irgendwann keine schlechte Idee. Irgendwo am Boden hinsetzen. Auf die Bank. die Nestschocken. Schau mal. Komm. Komm mal. Ich habe gewissen, wie er das findet. Da kommen. Hier. Wenn ich mich einfach mal da reinsetzen will. Also der Hund läuft. Und da sollen wir einfach schüllen. Ich habe mal. Ich habe mal geholfen. 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 Fatima. Hallo. Guten Tag. Hallo Rocky. Hallo Rocky. Was du rör? Fatima. Fatima. wir sehen uns gleich wieder das wird nichts das wird nichts leute wir haben uns beschlossen weiter zu sagen ich unter rock nicht irgendwie alleine das machen wir ein anderes mal mal wieder das lassen wir jetzt hat wenigstens lustig ausgeschaut oder das ist ein hund warte mal okay ich sag mal tschüss wir sind uns gleich wieder bei genau in dieser richtung gehen wir